Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Knights of the Old Republic. So, es sieht so aus, als kommen wir da erstmal nicht weiter. Ja, starkes Energiefeld, versperrte Durchgang, das kennt man ja aus diversen anderen Spielen auch schon. Hm, ich glaube hier waren wir aber noch nicht. Genau, hier ging es dann nämlich noch woanders hin. Ich erinnere mich. So, Richtung südlicher Strand. Können wir uns nämlich da mal noch ein wenig umschauen. Oh, ein Giska. Das war's mit dem Giska. Okay, wir haben hier also Minen. Gut zu wissen, Mission. Kannst du eigentlich mal vorgehen? Da hätten wir noch eine Mine. Ja, zuviel dann zum Entschärfen. So, das geht doch schon etwas besser. Das nicht. Aber ist halt auch eine Möglichkeit, das zu entschärfen. Ich bin von dir besser aus gewohnt, meine Liebe. Also, wir sind wieder das zu entschärfen. Und wir haben noch ein paar drinsteilungen. Das war's mit dem Zweck. Das war's mit dem Zweck. Okay. Gut. 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 Nehmen wir die Schiffsteile mit. Ich denke, die können wir noch mal ganz gut gebrauchen. Ich hoffe, wir sind hier nicht noch mehr Min. Ich speichere das noch mal schnell. So, von dort kamen wir. Gehen wir mal hier weiter. Da haben wir noch einen Gießkampf. Wir hätten die vielleicht auch irgendwie vorschicken können. Ah, ein Ranker. Gut, dann will ich jetzt nämlich mal gerade gucken, ob das hier mit dem Wirbelsturm so ganz gut funktioniert. Danach wird er plattgehauen. Ah, da ist er in den Gegend. Nie zu alt dafür. Gut, damit wäre Nummer 1 durch. Also Lähmungsfeld scheint wohl zu funktionieren, aber sehr, sehr selten. Wie es den Anschein hat. Mal ein wenig Heilung reinhauen. Hm, interessant. Und ich glaube, erst mal hier gucken, ob es da was Schönes gibt. Bevor wir uns dann gleich mal hier weiterhin bewegen. Da wäre auf jeden Fall noch ein Gießkampf. Meere Gießkampf. Leider keine Truhen diesmal. Schade, schade. Hm. Gut. Da wäre eine Siedlung. Wie kommen wir jetzt da denn dran vorbei? Ich glaube, die war noch ziemlich übel, die... Na, guck mal, wer seid ihr? Ja, den kennen wir doch schon. Also zumindest die Art kennen wir. Ich komme, um die Sternenschwede zu suchen. Okay, das ist nett. Dann schauen wir doch mal in die Siedlung der Ältesten rein. Ich bin nicht mehr Rewan. Dieser Teil von mir existiert nicht mehr. Ich bin jetzt Peacemaker. Tut mir leid, ich erinnere mich an gar nichts. Das heißt... Ihr könnt mir vertrauen, aber ich habe erst einige Fragen an euch. Gut, erzähl doch mal von meinem letzten Besuch. Gut, erzähl doch mal. Gut, erzähl doch mal mehr vom Tempel der Alten. Gut, erzähl doch mal. Gut, erzähl doch mal. Ich bräuchte die Ersatzteile für mein Schiff. 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 Der hält halt nicht so viel aus wie wir. Ich bräuchte die Ersatzteile für mein Schiff. Dann können wir das nämlich auch, wenn möglich, links liegen gelassen oder in dem Fall rechts. So, dann können wir jetzt nämlich mal da unten... Oh, guck mal, noch mehr Krieger. Dann hauen wir euch nochmal platt. So, sehr schön. Mischen hat ein bisschen Schaden davon getragen, aber das passt. Dann guck mal, wie das jetzt da hinten läuft. Ob die immer noch mit uns reden wollen. Ich glaub, das war dann die Möglichkeit für die... Also für die böse Seite, wenn wir da hingehen. Das war dann zuerst mit den Geräten und dann wahrscheinlich die Ältesten angegriffen. Gut, Elite-Krieger. Ich glaub, wir sollen aber trotzdem zuerst mal die Rancors zerlegen. So, dann können wir mich da noch mit drauf ballern. Hoffen wir mal das Beste. Teuer frei. Jawoll, das geht gut. So lobe ich mir das. Gut gemacht, meine Lieben. Klar. Sehr schön. Jetzt schauen wir doch mal, was wir hier noch Schönes haben. Vielleicht noch irgendwelche versteckten Kisten oder so. Na? Na? Das sieht aber mal nicht so aus. Dort ist, glaub ich, auch nix mehr. Der Weg geht auch nicht weit. Dann gehen wir gerade da oben noch mal rüber. und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, was da drin auf uns wartet. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr, aber da haben wir zumindest die Karte mal aufgedeckt. Das wäre ja schon mal schön. Ja, also ein bisschen von diesen Giska. Nun gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Seid beim nächsten Mal wieder mit der Bahn. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.